Wie beschäftigen wir uns mit dem Thema Tierkadaver schon seit mehreren Monaten, haben da auch mehrere Berichte mittlerweile darüber verfasst und sind immer am Ball geblieben und haben in dem Zuge halt auch erfahren, dass zu dem Thema, wie eben Tiere, tote Tiere bei Tierkörperbeseitigungsanstalten ankommen, dass dazu auch wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland gelaufen sind. Bislang gab es sie nur aus Österreich mit überraschenden negativen Ergebnissen. Wir haben dann versucht, diese Ergebnisse zu erlangen, haben angefragt, das war schwierig, niemand möchte so ganz gerne mit dem Thema heraus. Wir haben sie dann doch über Umwege bekommen und jetzt liegen uns halt diese Ergebnisse vor. Es bestätigt sich das, was wir schon in der Studie aus Österreich gesehen haben, nämlich dass bei diesen Tierkörperbeseitigungsanstalten Kadaver ankommen, bei denen man erkennen kann, dass es möglicherweise Tierschutzverstöße in den Ställen gegeben hat. Der Umfang, das war überraschend hier bei den Untersuchungen in Deutschland, ist so, dass bei mehreren Hunderten untersuchten Kadavern mehr als 10 Prozent solche Auffälligkeiten aufweisen, die darauf hinweisen, dass die Tiere länger anhaltende Leiden erlitten haben im Stall. Das ist schwierig, weil man aus der Studie nicht herauslesen kann, welche Ursachen diese Zustände haben. Da äußert sich die Studie nicht weiter zu. Man kann natürlich spekulieren, sind die Tiere, sind die Landwirte überfordert mit der Tierhaltung? Ist ihnen das Schicksal der Tiere vielleicht egal? Haben sie vielleicht auch keine Ahnung darüber, wie man Tiere ordentlich tötet? Das scheint wohl der Hauptgrund der Probleme zu sein, denn die Studie hat nicht nur die Kadaver auf Tierschutzverstöße untersucht. Es wurde auch geguckt, wie ist die Nottötung abgelaufen? Was für Rückschlüsse kann man da ziehen? Das Ergebnis bei 160 untersuchten Kadavern, bei 65 Prozent, waren Hinweise darauf, dass die Nottötung falsch abgelaufen ist. Ganz oft waren die Tiere nur betäubt, aber der notwendige Entblutungsstich, so heißt das, war nicht erfolgt. Dabei wird dann die Hauptschlagader durchtrennt und das Tier entblutet, Herzstillstand, das Schwein ist tot. Dieser Stich, der fehlte, führte in einem Fall sogar dazu, dass ein lebendes Tier angeliefert wurde bei der Beseitigungsanstalt. Die Studie zeigt natürlich, dass es Probleme im Umgang mit den Tieren gibt in der Tierhaltung in Deutschland und zeigt das, glaube ich, auch in einem Ausmaß, das durchaus überraschend ist. Über zehn Prozent der untersuchten Tiere haben Probleme nachgewiesen. Das war so sicherlich wohl nicht zu erwarten. Und auch die Branche selbst sagt, so geht das nicht, da müssen wir was tun. Wir haben uns da unterhalten mit dem Interessensverband der Schweinehalter in Deutschland und auch der Verband sagt, da müssen wir was tun und hat jetzt angekündigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass man nachschulen möchte, dass Landwirt nochmal gezeigt werden soll, wie sie Tiere, wenn es denn notwendig ist, ordentlich töten können und so töten können, dass das auch mit dem Gesetz in Einklang steht. Man muss bei dem Thema bedenken, dass die Tiere, die bei diesen Anstalten angeliefert werden und die hier auch untersucht worden sind, die sind aus diesem Fleischproduktionszyklus quasi herausgefallen, weil sie eben vorher bereits gestorben sind. Sie haben es also gar nicht zum Schlachthof geschafft. Die Tiere sind entweder krank, verletzt und dann ist es eben Aufgabe des Tierhalters, entweder selbst oder über seinen Tierarzt, diese Tiere von Leiden zu erlösen, insofern keine Aussicht auf Besserung besteht. Die Studie hat im Frühjahr stattgefunden. Es wurden vier Tierkörbeseitigungsanstalten in Deutschland besucht. In denen wurden Schweine aus sechs Bundesländern angeliefert. Mehrere hundert davon wurden eben untersucht. Man kann also schon sagen, dass sich die Probleme, die da entdeckt worden sind, dass sie sich auf Gesamtdeutschland dann beziehen.